Hey liebe Freunde, ich dachte mir, Pfingsten ist doch ein wunderbarer und passender Moment, um auf das Thema des Heiligen Geistes einzugehen. Ich weiß, für viele macht es die Sache nicht einfacher. Pfingsten ist schon, okay, was ist Pfingsten genau? Für viele fängt da die Frage schon an. Und wenn man dann sagt, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun, dann wird es noch komplizierter und es erscheint einem so unerreichbar. Aber das absolute Gegenteil sollst du am Pfingsten erleben. Und ich dachte mir, wie passend, dass ich mein neustes Buch Jahr zu dir genau mit diesem Thema begonnen habe. Das erste Kapitel, da geht es um mein Jahr zum Heiligen Geist. Und ich möchte dir das einfach vorlesen, damit du verstehst, worum es denn heute geht. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Johannes 14, Vers 16-17 Quote des Tages für dich heute. In deiner Einsamkeit glaubst du alles zu verlieren. Doch sie ist die Chance, den Heiligen Geist zu gewinnen. Ich habe mich entschieden, das Wort allein komplett aus meinem Vokabular zu streichen. Hin und wieder ertappe ich mich aber noch dabei und korrigiere mich dann sofort, denn ich möchte dieser Lüge keinen Raum, nie wieder Raum in mir schenken. Das Gefühl der Einsamkeit ist real und vielleicht kennst du das auch. Doch es ist eben nur ein Gefühl. Ich fühle mich einsam, sagt man ja. Und wenn Einsamkeit nur ein Gefühl ist, kann man sie auch bekämpfen. Dieser Kampf ist nicht leicht und erfordert immer wieder einen neuen Anfang. Ich kenne das Gefühl der Einsamkeit selbst sehr, sehr gut. Wenn ich auf Tournee bin, bin ich oft ohne Begleitung unterwegs. Nicht alleine, okay? Ohne Begleitung. Und da kommen gern unschöne Gedanken auf. Es interessiert ja eh keinen, was du machst. Du bist dir allen egal. Oh, wie oft hatte ich diese Gedanken. Ja, ja, ich kenne diese Gedanken genauso wie du. Doch ich möchte dich mit hineinnehmen in die Zeit, als Jesus, sein Jünger nach drei Jahren des gemeinsamen Auf-Tour-Seins, verkündete, dass er sie bald verlassen würde. Damit hatten die Jünger nicht gerechnet. Und ihre Angst war groß, denn auch sie wollten nicht allein sein. Ihre Angst war sogar so groß, dass sie erst einmal überhörten, was für einen wertvollen Satz Jesus angehängt hat. Der Vater wird euch einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Erst einmal wirkt ein anderer Helfer nur wie ein Ersatz. Er kann nicht so gut sein wie das Original, also Jesus selbst. Den man sehen, spüren und direkt ansprechen konnte. Doch wenn wir tiefer graben und dem griechischen Urtext nachschlagen, dann sehen wir, dass das Wort anderer dort drei Übersetzungen hat. Benutzt wurde in diesem Fall eines dieser Wörter, was direkt übersetzt identisch, kein einziger Unterschied, bedeutet. Gott schickte uns also jemanden, der Jesus in seinem Wesen identisch ist und zusätzlich auch noch für den Menschen immer und überall und gleichzeitig verfügbar ist. Das ist das Verrückte. Jesus konnte ja nur an einem Ort sein. Und der Heilige Geist kann überall sein. Überall. Und er ist Jesus identisch. Wow. Ja, Jesus war auf Erden nur als Mensch unterwegs und konnte deshalb nur für seine zwölf Jünger und die Menschen, denen er unterwegs begegnete, da sein. Er musste gehen, damit sich das erfüllen und der Heilige Geist, Pfingsten, seinen Platz hier auf Erden einnehmen konnte. Ja, die Jünger hatten Angst, etwas zu verlieren. Wie oft ihr auch. Denn auch sie waren plötzlich arbeits- und vor allem hoffnungs- und ziellos, als Jesus weg war. Dabei hatten sie doch alles für ihn aufgegeben. Ja, auch sie kannten es, alleine dazustehen. Doch sie vertrauten Jesus und seinem Wort, dass der Heilige Geist zu ihnen kommen würde, der ihm identisch sein würde, der immer bei ihnen sein würde. Und noch mehr als das. Denn Jesus setzte noch einen obendrauf. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen, wie ich. Ja, sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Der Heilige Geist will dein allgegenwärtiger Begleiter sein, dein Gesprächspartner, dein weiser Ratgeber, dein Tröster. Immer und überall. Deshalb streiche das Wort allein für immer aus deinem Vokabular und erinnere dich stattdessen daran, dass der Heilige Geist immer bei dir ist. Auch gerade jetzt. Gerade jetzt. Das ist Pfingsten.